Trotz guter Heizung sind jedes Jahr die Fensterlaibungen verschimmelt. Die Temperatur beträgt lediglich 14 Grad Celsius auf den Fensterlaibungen und der Schimmel ist umlaufend. Dies bei Außentemperaturen von etwa minus 1 Grad Celsius. Normalerweise schimmelt es immer, wenn auf der Fensterlaibung Temperaturen unter 14 Grad Celsius festgestellt werden. Die Ursachen sind immer sogenannte Kältebrücken. Bei Fragen dazu rufen Sie uns bitte an. Hier bekommen Sie weitere Info.